Hallöchen, ihr herzallerliebsten Schokohasen da draußen. Ich hab heute Geburtstag, das sag ich jetzt nicht unbedingt, damit ihr alle jetzt gratuliert. Ich freu mich natürlich über Glückwünsche, das haben auch schon viele getan in dieser Stelle. Dankeschön dafür, aber deswegen sag ich das nicht. Das klingt dann immer so verzweifelt wie so ein Versuch, dass andere Leute einem doch gratulieren sollen, wenn man so sagt, ach übrigens, ich hab heute Geburtstag. Eigentlich bin ich so nicht. Und ich bin auch so, dass ich die letzten 5 bis 10 oder noch mehr Jahre meinen Geburtstag nicht wirklich gefeiert habe. Für mich ist das jetzt nicht so der wichtige Tag. Das ist eigentlich wie ein Tag wie jeder andere auch, man wird halt ein Jahr älter. Aber es gibt eine kleine, ganz nette Tradition. Ich hab die letzten Jahre, ich weiß nicht ob jedes Jahr, ich glaube nicht jedes Jahr, aber ich hab auf jeden Fall einige meiner Geburtstage die letzten Jahre gestreamt. Unter anderem an meinem 18. Geburtstag, äh, am 22. Januar 2012. Da gab es einen kleinen Anno 2070 Multiplayer Livestream. Das wisst ihr wahrscheinlich kaum noch welche, weil das war halt, da war ich noch relativ klein. Und auch an einigen anderen Geburtstagen hab ich gestreamt. Weil ich hab ja nicht so richtig Freunde, wie ihr wisst, ne? Und dann feiere ich also stattdessen mit meinen Kumpels aus dem Internet, also mit euch zusammen. Wir quatschen ein bisschen, wir zocken ein bisschen, haben einfach Spaß zusammen. Und das find ich persönlich ganz schön. Am Geburtstag sollen wir ja das machen, worauf man selber Lust hat, was einem Spaß macht. Und für mich ist das halt einfach, dass ich ganz gerne einen Stream mache. Insofern werde ich mich heute wahrscheinlich so gegen 17 Uhr oder sowas live begeben. Link dazu ganz oben in dieser Videobeschreibung hier auf Twitch. Also eine kleine Tradition. Wir streamen einfach ein bisschen, vielleicht bis 10 oder so. Mal gucken, weiß ich noch nicht genau, wie lange wir Lust haben. Bevor jetzt noch einer sagt, ja klar, am Geburtstag streamende kleine Schlinge will natürlich die Donations ranholen. Nein, wenn absolut keiner Lust hat, was zu spenden, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich will einfach mit euch Spaß haben und einen netten Abend verbringen. Wenn das natürlich jemand macht, freut mich das. Ohne Frage, ja, da wäre ich ja ein Lügner, wenn ich sagen würde, dass einen das nicht freut. Aber das ist absolut nicht die Voraussetzung. Das ist nicht der Grund, warum ich am Geburtstag streame. Ich fand das einfach in den letzten Jahren immer schön, meinen Geburtstag quasi mit euch zu verbringen. Und deswegen würde ich das auch gerne wieder machen. So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Wenn ihr also Zeit und Lust habt heute Abend, dann kommt da vorbei und schreibt was und sagt Hallo. Das freut mich sehr. Da würdet ihr mir alleine durch eure Anwesenheit, würdet ihr mir eine kleine Geburtstagsfreude bereiten. Und wir spielen dann einfach mal verschiedene Sachen oder worauf wir Lust haben. So, Dankeschön also für eure Aufmerksamkeit und bis nachher. Euer Walle. Bye, bye.